Ich würde mal sagen, es hat heute gut gelohnt, würde ich sagen. Der braucht noch mehr Bieste. Auf jeden. Wie haben wir erst angefangen, Junge? 50 mindestens. Klar. 70 Junge, 70. Oh. Harter Eskalation. Zieh ihn dir rein bitte, zieh ihn dir rein, wen siehst du auf dem Pokédex? Bri Cachu sehe ich bei mir. Er ist aufgetaucht. Ah Moment, eins nach dem anderen. Er ist das Taupsi. Er ist das Taupsi. Genau. Das ist mein Vicky. Wie der Voltoball eskaliert, Alter. So, das war Taupsi. Voltoball in seiner Form Endline Pokéball. Das wird er auch verwechselt und einige Leute bekommen einen Stoß. Topsi verschicken? Ne, Topsi überall. Voltoball erscheint. Bei mir auch. Voltoball und Magnetilo. Die beiden Bros und Gegner Bros aus der Elektroszene. Wie, boing. Ding, ding. Welches ist es deins? 33? Meinst du 33? Meinst du auch. Meinst du gefangen. Klasse. Mein Voltoball ist schonmal durch. So, Lampe aus. Drin. Ja, läuft bei dir. Die Tilo. Ja, genau. 239. Ding. Genau. Hattest du einen 303er? Hast du das richtig gesehen? Du? Axel? Maginilo? Ja. Warte, ich kann nochmal gucken. Nein! Ich kann nicht nochmal gucken. Ich glaube Axel hatte einen 303er. Oh je, neue Pokémon gleich. Holy moly. Ja, 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 ja. Park hier. 600er! 713! Hehehehe. Hast du nicht mehr von Pokémon? Ach, wie er hinten rauskommt. Ach, wie er hinten rauskommt. Ach, wie er hinten rauskommt. Scheiße. Er blockt das Ding. Ich kotze und kotze. Mann ja, er springt da drüber. Netz weg. Ich kotze. Und er springt schon wieder drüber. Axel hat Zubat. Oh. Hier. Alter, ich habe schon sechs Superbälle daneben geworfen. Ich habe einfach einen Hyperball genommen. Hab ich auch nicht. Und er ist drin. Er ist drin. Offiziell. Erster Treffer. Und. Eins. Zwei. 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 Herzlichen Glückwunsch zu mir. Der wird mächtig, Alter. Sehr gut. Mächtig. Zumal der noch richtig Möglichkeiten hat. Alter, der wird locker ein Tausender. Tausender. Locker. Boah, lief richtig gut, Alter. Wer ist er denn? Hier habe ich auch. Rihorn. Rihorn ist das. Gefällt mir auch sehr gut. Allgemein. Das Pokémon an sich. Ist zwar nicht so mega stark. Jetzt mal. Man will es ja erstmal haben. Auf jeden Fall. Du kannst auch sonst bei mir einfach fangen. Kommst los. Ja, ich war gerade so aufgeregt wie mein Maschok. Ja, auf jeden, Alter. Deswegen sein Handy hätte ich schon fast weggeworfen. Wär auch egal gewesen. Hättest du so Maschok gehabt, hätte ich mein Handy weggeworfen. Ja, und dann wäre es aber dein Handy gewesen. Zack, bumm. Und super, dass wir geflüchtet haben. Ja, das ist egal. Sehr froh, dass du den anderen hast. Ja, ja. Aber nicht so doll. Ja, hier kommt noch eine Arena, wo wir theoretisch noch einen reinsetzen könnten. Axel, ist der GPS weg? Nein, wieder da. Rihorn ist weg, aber egal. Dafür ist der andere Nigger noch da. Ich glaube, die Weiterentwicklung von Kleinstein ist das. 372er Volt. Ja, ich mache auch gerade. Gucken wir mal. Ich kriege mal ein Handy. 372. Hier ist es wieder. Oh, was? Das ist ja... Warte, dann lass erst mal dein Handy machen. Das ist ja auch schade. Dann warte ruhig hier. Ich habe ja auch einfach ein Handy. Hast du ein Handy von Neustarten oder so? Habe ich gerade. Das ganze Handy? Nee. Nee, weil komm, dann lass... Jetzt ist es wieder da, oder was? Ja. Dann musst du gerade mal anders hinlegen. Ja, ich lege auf ihn. Genau. Pukestopp. Jo. Axel hat Mirapla. Ich hole erst das Mirapla. Ja, genau. Auf jeden. Hier geht's hart. Hier geht's halt echt hart. 75er Mirapla. Das ist genug. Ich werde nochmal testen, sie verzögern. Ein bisschen leck. Hm. Axel hat Mirapla safe. Ich auch. Axel, nur das Pokémon 600 EP. Ich hab's auch safe. Oh, Axel. Ei. Oh. Das Zehner. Bonita. Ja. Hab ich auch ein Ei. 107. Schade. Oh, ich hatte 360 oder so. Was meinst du? Oh, oh. Jetzt geht's gleich ab hier. 3. Gleich wegwerfen. Obwohl. Zu gespannen. Ne. Oh. Nächstes. Oh, Alter, was? Oh, 3 Stück. Kleine Treffen. Mann, ja. So beliebend, Alter. 400er ist okay, ja. Ja, Junge. Das ist die Frage nicht, Mann. Ja, bleib stehen. Jetzt passiert doch nichts. Vielleicht nur das Kokuna absahen. Radfratz ist egal, aber... Golbert. Immerhin, Mann. Um 600. 600er Golbert, Alter, Junge. Make it, Alter. Alter, mach es richtig, Alter. Alter, du bist so belastend, ey. Was? Wie mein Kokuna nicht mehr gefangen wird. Was? Los mit dem! Mach es doch mal richtig, Junge. Wie soll ich denn da treffen, Junge? Viel zu hoch, Junge. Zu hoch? Zu weit, der ist so weit weg, Junge. Halt's Maul. Nimm's in der Hand, Junge. 408, ne. Rennsburg-Eckern-Vörde ist die Schleibrücke heute und morgen gesperrt. Zu weit, zu kurz. Was soll ich jetzt machen? Mal einen Hyperball. Hehehe. Wie der mir fällt, Alter. Oh, was? Das ist echt weit weg. Ja! Da ist es noch weiter weg. Das ist richtig belastend, da hast du recht. Alter, das ist echt weit weg. Sehr gut. Ja! Und mit dem Hyperball habe ich es. Ist nur ein 400er. Ja. Alter, da ist doch so viel Platz. Guck mal, wie viel mehr Platz ist. 70 Prozent, Alter. Aber halt ne scheiß Attacke. Guck mal, Hälfte. Erst. Alter. Und hier sind wir nochmal beim, ja, probieren zu entwickeln. Und zwar habe ich Blutzug, ja, jetzt doch noch ein paar Mal gefunden und denke mir jetzt einfach, gut, okay, dann sollte man sich das einfach mal gönnen. Klar, 400 WP ist jetzt nicht der Burner, aber ich denke mal, immerhin sollte machbar sein. Auf jeden Fall ein neues Pokémon, das ist ziemlich cool. Schauen wir mal, was hier geht. Und ein O-Mod, sogar als XL, richtig nice, aber nur 772. Aber wie gesagt, ganz ehrlich, sind wir wirklich ehrlich, bringt mir sonst ähnlich, selbst wenn es ein Tausender gewesen wäre, auch nicht der Knüller, weil man hat dann immer seine speziellen Pokémon, mit denen man angreift. Ich denke mal, das werdet ihr ganz genauso haben. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch irgendwas, ach so, hier ein Evoli, auf jeden Fall, was wir noch wegdrücken können. Und ansonsten schauen wir mal, ob wir noch was evolutionieren können. Habitag denke ich mal, auf jeden Fall noch richtig steil in ein... Ah, nein, noch nicht mal. Okay, dann schauen wir mal weiter. Dann. Untertitelung des ZDF, 2020